Was ich wirklich möchte, mich selbst zu tun, ist, wie ich eine glückliche Person bin und das Leben, das mich glücklich macht. Ich war nie so richtig interessiert an einer Beziehung. Ich habe auch nie wirklich gedacht, dass ich jetzt unbedingt einen Mann brauche oder sowas. So wirklich 100% glücklich bin ich nur, wenn ich eine Liebe in meinem Leben spüre. Das war's für mich. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017